Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der ODA. Was soll das heißen? Sie können Felgeler nicht finden. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Ich will Felgelern sehen! Zerfahrt! Nein! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Felgeler! 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 Säger! Süsser? 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 inner?